Ein neues Abenteuer, ein neuer Tag, neue Aufgaben, Schlag auf Schlag, die Pflicht lasst uns nicht ruhen, für uns gibt's noch viel zu tun. Alles klar? Ja, schon. Wie lange bist du hier schon? Halb. Halb? Okay, endste klasse Verkehr und ich muss noch was abholen. Oh mein Gott. Gleich mal dann austesten, Leute. Schlecht. Schau mal, schau mal. Wo sind die Macholos, Mann? Ich hab seit 10 Minuten keinen mehr gesehen. Echt jetzt? Oh mein Gott, tot, Alter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das ist auch ohne Scanner kein Problem, aber irgendwie gerade wird nichts angezeigt. Ja gut, man muss halt echt viel laufen, Leute. Leute, wenn wir Glück haben, also wir haben ja auch Glück. Oha, das geht sicher noch. 7,5 Kilometer hier schlüpfen und dann habe ich noch einen Zehner. Ich habe es auch nicht gemacht mit dem neuen Zehner, Mann. Das ist mir glaube ich ein bisschen zu heftig, Leute. Erstmal die ganzen Sammeln und dann halt stimmt schon. Du verlierst echt viel Zeit und viel Platz. Weil ich brauche den Sternstaub. So dringend. Ich muss immer gleich, gleich, gleich aus, gleich büten. Ja, dann schauen wir mal. Gehen wir mal ein bisschen rum. Oh, jeder. Da haben Leute Hunger mit Tati am Start. Ja, Mann. Servus. Kommst du aus der Arbeit? Ja, direkt aus der Arbeit, Mann. Schlecht. Wir sind hier heute im Luipold Park. Neuer Mahalo. Spawn, Nest, Punkt, was auch immer. Ja. Enskas, der geht echt ab. Ich war gestern hier schon, zufällig. Ich wohne hier in der Nähe, hier irgendwo. Hier irgendwo war auch meine alte Schule. Die sehen wir später hier noch. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt dazu gestoßen. Wir wollten eigentlich morgen auch gehen. Schauen wir mal, ob wir da nochmal gehen oder nicht. Ich glaube nicht. Mal ein anderes Nest. Welches? Irgendwas anderes halt. Ja, so viele Läste gibt es ja gar nicht mehr. So richtige. Ja, irgendein anderes Pokémon. Aber die haben schon wieder... Ja, schauen wir mal. Und jetzt heute gucken wir mal. Ein paar Stunden mal hier rumlaufen. Da gibt es sicher was, ja. Oder andere Pokémon einsammeln. Knuffenser gibt es hier auch ein paar. Die brauche ich auch noch. Knuffenser end's gut, Mann. Ich habe noch kein Satzien hier. So bleibt es gespannt. Ja, Mann. Tati ist erstes Mahalo hier. Ja, Mann. Mahalo ist ja von den... Oder Machomai. Die Entwicklung natürlich. Man braucht ja 125 Bonbons. Ist ja von den Kampf-Pokémon das Beste. Ja. Wenn man noch natürlich die besten Attacken hat, kann es sogar gegen einen Relaxo. Weil Relaxo hat ja... Die einzige Schwäche ist ja Kampf. Und deshalb ist also Machomai eigentlich richtig gut zum Kämpfen. Ja. Mit den guten Attacken. Deswegen... Ja, zum Beispiel. Das ist hier auf jeden Fall eine gute Stelle. Mein Charakter ist zum Glück wieder irgendwo hingelaufen. Ich habe es bekommen, aber... Tati ist noch nicht da. Ja, ich muss es jetzt holen. Aber... Egal. Ich habe jetzt noch ein Pokémon hier rein gesetzt. Da hat einer gleich mal übernommen. Und ich auch jetzt. Bin gleich dabei. Aber bei so einem... Bei so einem Platz wird es eh nicht lange halten. Nee, niemals. Geht eins ratzfatz. So, meine Lieben. Es ist soweit. Ich habe sieben, fünf Kilometer Eier, die gerade schlüpfen. Ja. Schauen wir mal. Was erhoffst du dir? Ganz ehrlich, fünf Kilometer Eier ist mir eigentlich echt wurscht. Echt jetzt? Pokégon, Mann. Das habe ich schon. Aber du brauchst noch welche für Pokégon 2? Ja. Wenn es krass wird, dann schon. Ähm... Ich brauche einfach nur gute, die man gut... Die man halt vielleicht... Äh... Wie sagt man? Entwickeln kann. Damit ich gleich Punkte kriege. Also das Mautz ist schon mal ganz gut. So, das Zweite. Klar hofft man sich an Ovai oder an Fukano. Den Tacha. Auch nicht so schlecht. Den Toxa ist gar nicht mehr so schlecht. Habe ich ab und zu mal im Kampf benutzt. War echt sehr interessant. Mit ihm zu kämpfen. So, schauen wir mal weiter. Das Dritte. An Krabi. Oh mein Gott. Was, ob man nicht genug von denen hätte. Dass sie mal ein gutes... Service. So, das Vierte. Okay, laufen da hinten den Berg hoch, Mann. Oh mein Gott. Okay, da geh ich jetzt hin. Muschoss. Muschoss. Muschoss auch nicht gut. Äh, auch nicht schlecht, Mann. Äh, Austoss. Wenn man ein gutes Austoss hat, kann auch äh... Kann man auch gut mitkämpfen. Wenn es gute Attacken hat. Eis... Sachen sind nicht schlecht. Genau, so Blizzard und so gegen den Dragoran. Ganz geil war so schlecht. Wenn man gut kämpfen kann. Das Fünfte. Ein Entorn. Ein Entorn. Ein Entorn. Auch nicht so, so, so schlecht eigentlich im Kampf. Hab ich da richtig gesehen. 564 Entorn-Bombons. Da hast du richtig gesehen, mein Lieber. Ja. Ich habe Entos gesammelt wie wahnsinnig. Ja. Und ich glaube jetzt kommt das letzte, oder? Das sechste? Oder das siebte? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich sag ja, ich kann entwickeln wie ein Verrückter. Oh. Ein Dicta. Da habe ich aber auch schon genug. Den kann ich auch schon entwickeln. Hast du schon einen Dicta wie? Ich habe noch keinen, aber ich kann einen entwickeln. Ich habe auch einen guten Dicta. Schon. Den schauen wir mal, ob ich den... Ah, es kommt auch noch einer. Schauen wir mal, ob der besser ist. Wobei da ist eigentlich eh wurscht. Und ein Nebo-Lack. Den habe ich echt seit langem nicht mehr bekommen. Aber auch schon viele Bonbons. Aber wenn da ein guter ist... Ne, sonst noch ein guter. Scheiße. Ja. Tot. Ja, das waren meine sieben. Ich habe dreieinhalb tausend EP wieder bekommen. Wieder ein bisschen Sternstaub. Ich bin wieder mit Sternstaub wieder gut dabei. Da ist er ja. 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 So, fragen wir mal, was er hat. 13 WP. So, ja. Wir sind ja jetzt selbes Level. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast sogar mehr Punkte als ich, glaube ich. Wenn du sagst, du bist 28,5. Ja, du nicht. Ich bin ja auch nicht bei 150.000. Okay. Und wie hast du? Hast du schon über 150? Ja. 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 So viel habe ich noch nicht. Weil ich spare mir meine ganzen. 160.000 habe ich jetzt. Ja, ich bin bei knapp 140.000. Ja. Sind wir alle? Oh mein Gott. Noch einmal Hallo. Okay. Wir sagen, wir folgen hier diesen Typen da. Ja, Mann. Mit dem Fahrrad da. Oh yes, warte. Da ist es ja. Aber das war, weil wir neben dem Pokestop. Ich glaube, neben dem hier. Ja, dann ist es das, was wir gerade suchen. Hahaha. Da muss ich jetzt gleich hin. Maholo gefangen. Aber anscheinend war es nicht das, was Tati gerade gefangen hat. Ne, Mann. Das andere war da hinten. Oh mein Gott. Aber scheiß auf Maholo. Ich fange lieber einen Traumato. Hahaha. Das wäre echt nice. Und gefangen. Rion wurde gefangen. Checken wir gleich mal. Das Rion ist insgesamt ganz gut. Also nicht so toll. Ich wünsche mir auch mal eins aus dem Ei. Aber ich krieg auch lange. Ich krieg auch keine Rions, Mann. Echt selten der ganze Scheiß. Echt schade. Tja. Auf in deinem Laborrund. Es gehtppelt. 振々nd Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schau schon wieder einer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schau schon wieder einer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das war es vom macholo park ich hoffe euch hat das video gefallen ich habe genug candies für ein machoma jetzt das zeige ich euch jetzt noch in der zwischenzeit könnt ihr die anderen videos abchecken uns liken kommentieren abonnieren und schreibt unten in die kontage wo wir als nächstes hingehen sollen und erzählt einfach all euren freunden von unserem channel ich hoffe wir gehen jetzt demnächst bald auf